Hallöchen. Ich habe hier ein PC auf dem Tisch. Ich habe das abgeklebt, dass euch verraten würde, was das für ein PC ist. Von oben drauf sieht man, da ist ganz viel Aufklebergedönse drauf. Das Ding ist schon alt. Ich weiß auch was das ist. Ich weiß bloß nicht, ob das noch funktioniert. Ich muss mal kurz das Ding ein wenig drehen. Ich bin gleich wieder da. Das wäre die eine Seite. Da ist eine Sache. Da sind zwei Sachen. Da sind zwei Sachen. Da ist auch noch nicht ganz zu und nicht ganz auf. Ja auch hier hinten habe ich zu geklebt. Da ist noch ein Fach. Da sind zwei Dienstbuchsen. Da ist noch irgendwas. Da ist was. Da steht RF. Da steht RGB. Da steht auch noch was. Das verrate ich jetzt nicht. Vielleicht könnt ihr es ja lesen. Weiß ich nicht. Achso, beinahe ich euch den Power hier fair. Fair, fair, fair. Äh. Na. Vergessen euch zu zeigen. Meine Gott. So und das wäre die andere Seite. So. Ähm. Der wäre wieder oben. Ich mache die Kiste jetzt mal auf. Dann gucken wir da mal rein. So. Nun habe ich das Ding offen. Und erst mal sieht man hier ein Netzteil. Der sagt ja auch was von Hochspannung hinten. Ähm. Das ist aber ein stinknormales Netzteil, wo schon die Sicherung mit Aluminiumfolie gebrückt ist. Äh. Oder was das ist. Keine Ahnung. Ähm. Dann haben wir hier. etwas. Keine Ahnung. Hier ist was von MOS Technology. CBM. Auch MOS. 8502R. Da haben wir hier ein Psyloc Z0840 was weiß ich. Z80 CPU. Mhm. Auch von MOS. Und da ist noch ein MOS. da ist ein MOS. Da ist ein MOS. Da ist auch ein MOS. 85 CBM. Mhm. 6526 auch von MOS. Äh. Da weiter unten drin ist auch noch einiges. Äh. Was haben wir da noch? Ein NCR. Äh. Keine Ahnung. Da geht es noch weiter. Da unten ist auch noch was. Ähm. Eventuell muss ich noch was wegblüren hier aus dem Video. Ähm. Erstmal ist es saumäßig dreckig. Ob das Netzteil noch hinhaut weiß ich nicht. Äh. Gut. Das könnte ich jetzt mal reinstecken. anschmeißen und hier mal Spannung messen. Das sollte nicht so das Problem sein. Hier ist eine Power LED direkt auf dem Dings. Äh. Ich weiß dass das Laufwerk wohl Probleme hatte. Na. Zum einen fehlt mir hier der Hebel. Der das hier runter drückt. Anscheinend geht die Mechanik auch nicht mehr so richtig. Ähm. Anscheinend sind hier die Federn verbügt. Aber da wird noch nicht dran geschraubt. Eventuell haben wir ja Glück. Und ich kriege das Ding wieder einigermaßen hin. Muss ich nur reinigen. Da unten. Reinigen ist ein doppelseitiges Laufwerk. Also oben und unten. Aha. Ja. Irgendwas ist hier aber noch nicht ganz richtig. Das hängt hier irgendwie. Oha. Na ob das ob das noch irgendwie mal funktioniert. Ah nee. Da ist das gebrochen. Da ist irgendwie die Feder gebrochen. Das kriegen wir aber bestimmt wieder hin. Das kriegen wir bestimmt angeklebt. Da muss ich den Kopf ausbauen. So wie er ist. Darf jetzt nicht den oberen abschrauben. Sonst ist das Alignment weg. Kann man probieren. Ansonsten. Ja. Pech gehabt. Ähm. Ja. Da muss ich Sachen wegblurren aus dem Video. Das geht nicht anders. Ähm. Ja. Doch sag ich nicht was es ist. Ich versuche mal einmal das Netzteil. Ob das Ne. Das brauche ich gar nicht. Jetzt versuchen. Ähm. Das muss ich auseinander nehmen. Das sieht aus als wenn hier die Lötstellen gebrochen werden. Der ist noch relativ fest. Aber der hier ist sehr wackelig. Äh. Okay. Also. Gut. Zum Ende des Videos sage ich was es ist. Ich mache es ab. Ich gucke mir das Ding später nochmal genau an. Das ist ein Commodore 128D Personal Computer. Und der ist auch von Commodore. Müsste man auch gelesen haben. Da steht Commodore C128C. C128DCR. Da hinten steht äh. Commodore D128DCR. Oder C128DCR. Problem da dran ist. Ich habe keine externe Tastatur dafür. Die kommt nämlich da an diesen 25-Polig, 23-Polig, keine Ahnung dran. Das Ding hat aber einen RGB-Ausgang. Wie gesagt hat hier diesen Scylock-Prozessor. Den habe ich ja gerade gezeigt. Da zeige ich es nochmal. Weil das Ding kann glaube ich auch CPM. Das Ding kann drei verschiedene PCs. C64, C128 und CPM. Das ist, weiß ich nicht, TSR 80 oder was. Keine Ahnung. Ich glaube der hat der auch. Muss ich mal gucken. Aber erstmal muss ich das Netzteil kontrollieren. Platine einmal säubern. Drive Reset ist sowieso versetzt. Okay. Der hat eine Reset-Taste. Ist gar nicht mal so verkehrt. Und das Laufwerk. Da kümmer ich mich aber separat rum. Mache ich separate Videos drüber. Okay, dann danke fürs Zugucken. Und freut euch mal auf Was macht doch mal hier die. Freut euch mal auf zukünftige Videos noch da drüber. Vielleicht adaptiere ich da eine PC-Tastatur irgendwie. Oder ich nehme die vom C64. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht. Oder ich muss mal gucken, ob ich eine günstig geschossen bekomme. Bei Ebay. Mal schauen. Okay, danke. Tschüss.